Guten Tag, meine Damen und Herren. Neue Daten weisen darauf hin, dass das Erdbeben in Japan möglicherweise durch ein HAB-Programm ausgelöst worden sein könnte. Aktuelle Untersuchungen des Garda Raumfahrtzentrum der NASA im US-Bundesstaat Maryland verweisen auf merkwürdige atmosphärische Anomalien über Japan nur wenige Tage vor dem schweren Erdbeben und dem nachfolgenden Tsunami am 11. März. Eine scheinbar nicht erklärliche rapide Aufheizung der Ionosphäre direkt über dem Epizentrum erreichte laut Satellitenbeobachtungen nur drei Tage vor dem Beben ihr Maximum. Das könnte darauf hindeuten, dass möglicherweise gerichtete Energie, die im HAB-Programm verwendet wird, für die Auslösung des Erdbebens verantwortlich war. Weitere Hintergrundinformationen über die Zusammenhänge in einem ausführlichen Artikel bei www.kop-online.com.